Fertig, bitte. Und wie man den in diesen Zeiten jetzt bestellt, kein Problem, das geht auch mit einem anderen Ball, der vielleicht viel eher für euch zur Verfügung steht, und zwar mit dem sogenannten U8 gelb-roten Weichball. Ich mache es euch kurz vor. Und ebenso natürlich für den Volley. Ihr seht, beim Volley muss man dann schon ein klein wenig schneller sein. Ja, das geht jetzt schon ein bisschen schneller und hier brauche ich schon viel mehr Beinarbeit. All denen unter euch, die jetzt sagen, so ein Ball, das ist doch nur was für Kinder und so eine Wand erst recht, ja, denen möchte ich folgende Challenge ans Herz legen. Eine Wand an der Garage, ein Meter Abstand, anderthalb Meter Abstand und 60 Sekunden versuchen, Grundschlag und Volley zu kombinieren. Auf geht's! Das waren jetzt nur 20 Sekunden. Aber ich bin mir sicher, Auge-Hand-Koordination, ganz wichtig, und die Beinarbeit, 60 Sekunden am Stück, da kommt jede Außerartung. Dankeschön! Ja, und wer jetzt sagt, ich habe aber keine Wand, und ich habe keine Garage, und ich habe auch keinen Ball, kein Problem. Ich kann das ja auch kombinieren, Beinarbeit mit Schwüngen ohne Ball, das könnte dann folgendermaßen aussehen. Ich würde 30 Sekunden wieder vorschlagen, volle Intensität, und ich mache mal so zwei, drei Abläufe vielleicht gerade mal für euch vor. Das wäre dann hier zum Beispiel, gehe ich in die Offenstellung bei der Vorhand und gehe, da mache ich jeweils zweimal, ja, und bin bei der Rückhand. Und dann bin ich bei der Vorhand, und dann gehe ich von der Rückhand direkt in die Vorhandecke, dann laufe ich nach vorne, gehe wieder zurück, dann laufe ich nach vorne, gehe wieder zurück, und dann spiele ich ein Rückhandvolley, ein Vorhandvolley. Ich kann das natürlich auch wesentlich langsamer ausführen. Das heißt, mein Fokus wäre dann vielleicht mehr auf der Technik und meine Knie ganz tief unten, wie es vielleicht im Spiel sonst gar nicht der Fall ist, ja. Ich werde versuchen, dann zu schauen, mache ich meinen Scheibenwischer richtig, ja, schaue ich auf die Uhr, ja, das Ganze könnte dann so aussehen. Ja, ich konzentriere mich ganz besonders auf die Vorhand, stelle mir das vor, in Zeitlupe diesen Schwung hinzubekommen, ja, habe bei der Rückhand dann nachher an der linken Hand die Uhr im Blick, ja, dann habe ich bei der Vorhand die Uhr hier vorne im Blick, dann bin ich hier wieder bei der Rückhand, ja, dann hole ich etwas weiter aus und drehe mich dafür etwas mehr, dann bin ich hier ganz weit hinten und springe um, dann gehe ich rückwärts, dann habe ich ein Volley, dann habe ich ein Rückhandvolley, dann achte ich immer drauf, dass zum Volley nach vorne meine Hand vorne ist, dass das so wichtig ist. Alles das kann man üben. Alles das kann man üben.